Hallo und willkommen zu meinem ersten Video auf diesem Kanal. Ich heiße Adi, bin 14 Jahre alt und komme aus Österreich. Da ich schon immer geliebt habe, vor der Kamera zu sein, dachte ich mir so, warum fange ich einfach nicht richtig mit YouTube an? Jetzt bin ich da. Es hat in verschiedenen Videos kommen, deshalb seid ihr gespannt. Ich wollte einfach nur sagen, dass ihr regelmäßig Videos von bekommen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns heute wieder.